Heute Nacht findet WWE Payback statt und wie ihr es euch gewünscht habt, werde ich auch diesen Monat meine Predictions zu diesem Event jetzt mal abgeben. Das ist die erste Show, wo die Bloodline mal nicht mit dabei ist, weswegen tatsächlich der World Heavy Title mal im Main Event ist. Bedeutet auch, das ist eigentlich eher so eine B-Show. Es ist nicht so eine richtige Hauptshow, aber es muss ja irgendwas krasses passieren. In den letzten Monaten ist bei jedem Event irgendwas besonderes passiert, also hoffentlich auch bei Payback. Wir gehen mal in die Matches rein und fangen an mit dem Tag Team Match. Kevin Owens und Sami Zayn verteidigen die Titel gegen The Judgment Day, Damian Priest und Finn Balor in einem Street Fight Match. Ich habe mir schon bevor das Match angekündigt wurde gedacht, es wäre doch ideal, entweder Judgment Day gegen Owens und Zayn um die Titel oder Judgment Day gegen Owens, Zayn und Cody. Am besten in einem Notice Qualification Match. Und die WWE dachte sich wohl dasselbe, denn wir bekommen ein Street Fight Match. Ist ja ungefähr dasselbe. Und das könnte eigentlich überzeugen, so ein Street Fight Match, ich habe da immer Hoffnungen, dass es geil wird. Die letzte Zeit war es echt nicht so geil. Ich erinnere mal an dieses Terry-Funk-Hardcore-Match, wo ein einziger Tisch gezeigt wurde, sonst gar nichts. Mega-Hardcore-Match. Aber dieses Match könnte echt gut werden, vielleicht wird es der Opener, denn Judgment Day könnte auch im Main Event nochmal wichtig werden. Nachdem eine Woche später der Superstar Spectacle ist in Indien, da ist bereits angekündigt, dass Owens und Zayn die Titel gegen Indosherr verteidigen werden. Das heißt für mich eigentlich, dass Zayn und Owens sie auch verteidigen. Kann man natürlich noch ändern, das Match in Indien, aber ich denke trotzdem, Owens und Zayn bleiben weiterhin Champions. Es wird dann weiter mit Bela und Priest in dieser Konfrontation sein und mal gucken, was da alles passiert ist. Das zieht sich sehr lange bei Judgment Day. Wird Zeit, dass mal was Großes passiert in der Story. Wir machen mal weiter mit dem Grayson-Waller-Effekt. Grayson-Waller mit dem Stargast Cody Rhodes. Erstmal meine persönliche Meinung zu Grayson-Waller, ich finde ihn super. Viele mögen ihn nicht, ich finde ihn klasse. Ich liebe das, was er macht, mit seinem scheiß australischen Akzent. Ich liebe ihn. Cody Rhodes ist zu Gast und ich habe keine Ahnung, was ich mir vorstellen kann. Maximal eine Sache, nachdem jetzt bei SmackDown angekündigt wurde, dass John Cena der Host ist. Vielleicht, vielleicht wird aufgebaut, dass wir Cena gegen Cody bekommen. Es wäre ein cooles Match, aber es wäre auch gleichzeitig Face gegen Face. und würde auch bedeuten, dass Cena wahrscheinlich erneut eine Niederlage einstecken muss. Also keine Ahnung, ob das die beste Entscheidung wäre. Ich bin mal gespannt, was kommt. Cena ist ja jetzt für acht Wochen da. Der braucht auf jeden Fall ein Match. Und Cody braucht auch mal wieder eine neue Rivalität. LA Knight kämpft gegen The Miz in einem Singles-Match. Man sieht, dass LA Knight immer mehr jetzt gepusht wird. Und viele sagen, er sollte jetzt eigentlich um den United States-Titel kämpfen oder Mr. Money in the Banks sein. Aber ich finde es eigentlich mittlerweile richtig so, was die WWE macht. Die wissen, dass LA Knight richtig over ist und die bringen ihn so langsam mal in Rivalitäten, in Pay-Per-View-Matches. Um einfach mal zu gucken, ob der auch auf Langzeit immer noch den Hype hält. Und dass er einfach mal zeigen kann, was er im Ring drauf hat, was er am Mic drauf hat. Ich finde es gut, wenn man ihn erstmal langsam aufbaut, dass er zeigen kann, was er drauf hat. Und dann wird er spätestens bei WrestleMania United States Champion. Wahrscheinlich sogar noch früher. Mein Tipp. Erstmal, die Rivalität ist super. The Miz und LA Knight, beide guter Mikrofon. Das macht mir richtig Spaß. Man sieht wieder, wie großartig The Miz ist. Und ich kann mir einen Sieg von The Miz vorstellen. Ich gucke mal auf die Karte und überlege mir, ob irgendwo die Heals gewinnen. Wahrscheinlich nicht. Deswegen werde ich sagen, dass The Miz dieses Match gewinnt. Ich glaube, die Rivalität wird ein bisschen weitergehen. Und deswegen wird sich irgendwie The Miz vielleicht unfair den Sieg holen gegen LA Knight. Ich weiß sicher wäre es natürlich einfach, LA Knight als Sieger zu sehen. Aber ich sagte, The Miz holt sich den Sieg und die Rivalität geht weiter. Weiter geht's mit dem WWE Women's World Championship Match. Rhea Ripley gegen Raquel Rodriguez. Sehr langer Aufbau. Ist eigentlich echt ein cooles Match. Wir haben da zwei echt Giganten, was die Damen angeht. Die können auf jeden Fall ein geiles Match abliefern. Ich bin mal gespannt. Rhea Ripley wird auf jeden Fall verteidigen. Alles andere würde echt wenig Sinn machen. Und ich hoffe, Rhea Ripley bekommt dann auch mal bessere Rivalitäten, krassere Matches. Auf jeden Fall hier Rhea Ripley verteidigt. Machen wir weiter mit den Frauen. Ein Steel Cage Match zwischen Becky Lynch und Trish Stratus. Ich höre ja immer noch viele Stimmen, die sagen, dass dieses Match bei SummerSlam hätte stattfinden sollen. Ich bin weiterhin der Meinung, ich bin froh, dass es nicht so war. Das hätte ich echt nicht gebraucht beim SummerSlam. Aber ich finde es cool, dass es ein Steel Cage Match ist. Passt auch, um Zoe Stark ein bisschen fernzuhalten. Die trotzdem wahrscheinlich sich irgendwie einmischen wird. Aber ich sage, Becky Lynch holt sich den Sieg und wird damit die Rivalität abschließen. Wie es dann für beide weitergehen wird. Becky Lynch geht entweder zur NXT. Da gibt es viele Gerüchte. Oder vielleicht gegen Shayna Baszler. Ich weiß nicht. Aber für Trish Stratus, ich weiß nicht, ob es da weitergeht. Vielleicht eher als Managerin von Zoe Stark. Vielleicht hört es auch komplett auf. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dieses Match muss diese Rivalität, die sich so lange schon zieht, endlich abschließen. Dann haben wir das WWE, United States Championship Match. Ray Mysterio gegen Austin Theory. Und bei dem Match habe ich einfach Angst, dass es das typische WWE Match ist. Das auf einer Pay-Per-View-Card ist. Um einen blöden Titelwechsel zu zeigen. Ich sehe es irgendwie, dass Austin Theory sich einfach den Titel zurückholt. Aber ich sage jetzt einfach mal, Ray Mysterio verteidigt. Ob Ray Mysterio gegen Santos Escobar in der Zukunft kämpfen wird oder gegen LA Knight den Titel verlieren wird, ist mir eigentlich gerade noch recht egal. Weil United States Title die letzten Monate sehr irrelevant, würde ich sagen. Ich sage, Ray verteidigt. Und wie soll es mit Austin Theory weitergehen? Da hätte ich eine Idee. Ich würde es nämlich richtig geil finden, wenn Austin Theory und Grayson Waller jetzt so ein richtiges Freundschafts-Duo werden. Die einfach funny Backstage-Segmente haben. Sodass Grayson Waller viel wieder dazu bringt, mehr in diesen Humor-Charakter zu gehen. In diesen humorvollen Charakter. Den lustigen Charakter. So habe ich viel mehr gemocht. Es wäre ein super Duo. Austin Theory und Grayson Waller, die andere Leute verarschen, die lustige Sachen machen, könnte ich mir jede Woche reinziehen. So sollen sie es machen. Bitte. Und dann haben wir den Main-Event. Seth freaking Rawlins gegen Shinsuke Nakamura. Wer hätte vor kurzem noch gedacht, dass Nakamura Main-Event von der großen Show sein wird? Ich denke mal keiner. Das liegt aber auch daran, dass die Bloodline nicht da ist. Ich bin mir zu 100% sicher, dass Nakamura nicht den Titel gewinnen wird. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher, dass Rawlins den Titel verteidigen wird. Wenn wir uns den gesamten Abend angucken. Das Poster von Payback ist Judgment Day. Die müssen noch irgendwas krasses schaffen. Also die sind überall auf der Match-Card. Damien Priest und Bela haben Match. Rhea Ripley hat ein Match. Okay, Dominik nicht, aber der ist jetzt irgendwie eher ein NXT-Guy. Ich sage auf jeden Fall, das kann ein geiles Match werden. Seth Rawlins wird verteidigen. Und dann könnte es, könnte es ein Cash-In geben. Weil es braucht ja noch den großen Moment, den es jeden Monat gibt bei einem Pay-Per-View. Vielleicht ja ein Cash-In. Glaube ich, dass der Koffer eingecashed wird? Nein. Ich sage, Seth Rawlins geht mit dem Titel nach Hause. Und wird den Titel bis zum Rumble, vielleicht sogar bis Mania noch halten. Und dann entweder gegen Priest oder gegen Gunther verlieren. Das sehen wir dann. Das sind auf jeden Fall mal meine Predictions zu WWE Payback. Schreibt gern irgendwas in die Kommentare, eure Predictions, eure Meinung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Das se**, wir sind davon, wir sind ganz schlecht ins establishment. shut re Gotcha. Wir sehen uns bei注C Shout.